Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für Dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Experten-Podcast. Mach dein Leben leichter. Ja, mach dein Leben leichter. Ich glaube, so ein bisschen ist auch unsere heutige Expertin dafür angetreten. Es ist Gabriela Rist. Hallo Gabriela, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ines, vielen Dank. Ist das richtig, dass du versuchst, ein bisschen das Leben der Menschen leichter zu machen, die vielleicht ein großes Päckchen zu tragen haben? Ja, das ist goldrichtig. Ich möchte für Menschen einstehen, die eben psychisch gefördert und unterstützt werden sollten. Sowohl im Alltag als auch im Business. Ich bin psychologischer Berater, Life- und Business-Experte. Und mein Herzensangelegenheit ist, insbesondere auch für Menschen mit Entwicklungstrauma zu helfen. Was sind das dann für Menschen, denen du helfen möchtest? Wer gehört da zu deiner Zielgruppe? Mit was für Problemen kommen die auf dich zu? Es sind viele Menschen. Die Zahlen sprechen für sich. Heute in Deutschland wird jedes dritte Kind misshandelt. Jedes dritte Kind. Diese Kinder werden in zeitnahe Zukunft unsere neue Generation, Generation Alpha nennt man die, die Erwachsene sein. Aber wir haben natürlich auch viele, wie auch mich, Erwachsene, die im Kindesalter missbraucht wurden und damit leben. Das heißt, sie haben jeden Tag damit zurechtzukommen, im Arbeitswelt auch, sich durchzukämpfen, ihr Selbstvertrauen zur Geltung bringen, dass sie präventiv auch für Rückfälle oder vor Rückfälle schützen, weil diese Krankheiten zum Teil sehr heimtückisch sind. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel sogenannte emotionale Flashbacks bekommt, sollten halt schon Tools da sein, so eine Art Werkzeugkoffer, worauf man sehr schnell auch zurückgreifen kann und zu jeder Zeit als Selbsthilfemaßnahme sozusagen dann einsetzt. Also dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Es geht darum, eben ein Mensch wurde dann als Kind misshandelt und ist heutzutage im Job, macht seine Arbeit und es kommt irgendein Geruch oder ein Geräusch oder so und derjenige ist wieder zurückversetzt. Und du bist dafür da, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt und seinen Arbeitsalltag dann wahrscheinlich so gut es geht meistert, oder? Genau. Also diese Personen, diese Menschen, die sind ganz gewöhnliche, ganz viele unter uns, sind meistens auch in der Betreuung, das heißt sie haben entweder Therapeuten oder hatten sie auch schon mal vielleicht stationäre Therapie auch gemacht. Aber zwischen diesen Zeiträumen vergeht ja ganz viel Zeit. Normalerweise auch in der Woche einmal, dass man Therapeuten findet oder sieht. Und für diese Zeit auch passieren ja immer wieder gewisse Dinge. Neue Herausforderungen. Genau. Also alleine im Verkehr, aber wie du auch erwähnt hast, im Job. Also irgendeine Stresssituation, aber es muss nicht mal eine Stresssituation sein, es kann etwas Freudiges sein, wobei zum Beispiel eben gewisse Blume dabei ist, wo dann die Duft jemand zurückversetzt. Ja. Und manchmal merkt man das auch viel zu spät oder checkt man das erst gar nicht, dass man, also irgendwas stimmt nicht. Jedenfalls kann man halt nicht so auf diese Selbstregulation und auf die eigenen Kräfte zurückgreifen. Und was gibst du dann für Rettungsringe an die Hand, dass die Menschen sich schnell selbst helfen können in dieser Situation? Es gibt sozusagen sofort Hilfemaßnahmen. Das sind gerade in solchen Situationen, wo man vor allem versucht, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist eigentlich fast das Wichtigste zu wissen, dass Traumata immer noch in der Vergangenheit existieren. Das ist ja heute nicht mehr da. Klar, dass wir alles in unserem Körper abgespeichert haben. Beziehungsweise auch die Angst davor, dass mir das vielleicht morgen im Meeting auch wieder passiert, existiert auch nicht. Das bezieht sich auf die Zukunft, sondern wir bleiben hier im Jetzt. Das heißt, entweder, es gibt ja solche Sachen wie, ja, dass man sich greift, dass man dann, sobald er Möglichkeit gibt, zum Beispiel auf jeden Fall sich zurückzieht, sich wieder erdet. Das kann auch kurze Meditation sein, es kann eine gewisse Musik sein, was einen beruhigt. Jedenfalls sich nicht mehr in Stresssituationen aussetzt. Man muss auch für die Erholung dann später sorgen. Aber dass man halt in solchen Situationen versucht, wirklich dieser Gewahrsein zu bewahren. Und nachhaltig gibt es dann halt noch andere Tours. Ich stelle mir das manchmal ein bisschen schwierig vor, wenn man im Job ist, eine Aufgabe macht und eben dann so ein Flashback hat, sich zurückzuziehen oder so. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, ja, so schlimm es ist, aber vielleicht nicht jeder Chef, jede Chefin da Verständnis für hat, dass jemand dann aus dieser Aufgabe rausgeht, sich erstmal erdet und dann wieder reingeht. Was macht man dann? Oder erlebst du das auch, dass jemand dann mit solchen Ängsten zu dir kommt und sagt, oh, ist aber schwierig bei mir umzusetzen auf der Arbeit? Ja, allerdings. Und ich habe das auch selber mitgemacht. Bis Ende 2018 war ich ja im Business unterwegs. Ich habe da auch Karriere gemacht, bei der Telekom gearbeitet und mit sämtlichen Symptomen gekämpft. Also auch auf Geschäftsreise. Das ist ganz üblich. Es passiert ja vielen. Zumal hat auch viele somatische Symptome, wie zum Beispiel, was auf Verdauungssystem zum Beispiel zuschlägt. Und weil das ja meistens tabu ist und darüber nicht spricht, man sagt anstelle dessen etwas anderes. Also warum auch immer, kriege ich einen Anruf, warum auch immer. Also es gibt ja so Tricks sozusagen, wo man sich irgendwie aus der Situation rauszuziehen kann. Genau. Da muss man ein bisschen erfinderisch sein. Ich glaube, dass die meisten sind dann auch schon irgendwann. Und deshalb ist auch so wichtig, diese Achtsamkeit dann auch konsequent und kontinuierlich zu praktizieren. Auch im Alltag immer wieder auch Zeit dafür zu nehmen, dass es genauso eine Art Gewohnheit wird als Verhalten, wie diese Symptome da sind. Auch Gewohnheit sind immer wieder gekommen. Du hattest gesagt, dass jedes dritte Kind heutzutage Misshandlungen erfährt. Glaubst du, das ist mehr geworden? Oder legt man jetzt mehr Wert darauf, nachzugucken, nachzuprüfen, wie viele sind es eigentlich? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich möchte meine Lebensgeschichte auch schreiben. Zum einen das zu zeigen, wie es solchen Menschen ergeht. Das ist das eine. Zum zweiten auch Gesellschaft bewusster zu machen. Aber zum dritten auch ein gewisses Verständnis auch für die Bezugsperson aufzubauen. Was bedeutet das? Ich möchte nicht, dass man einfach sagt, ich vergebe oder ich verzeihe, ich vergesse. Darum geht es nicht. Es geht aber eher darum, dass man versteht, dass meistens diese Bezugspersonen, die ja dann misshandelt haben, selber sowas erlebt haben. Das heißt, unsere Eltern oder eben auch Großeltern haben zum Teil auch noch Krieg und so weiter. Das ist ja auch Traumatisierung. Dann auch eine etwas ältere Generation. Das war ganz normal, dass die Erziehung hauptsächlich über Gewalt zum Beispiel passierte. Und gerade, das ist ja auch dann in meine Methodik oder Vorgehen integriert, Neurowissenschaft hat ja heute schon eigentlich nachgewiesen, dass vorgeburtlich kriegt, also gibt man Trauma zum Beispiel weiter an das Kind. Das heißt, wenn meine Mutter schon Traumatisierung erlebt hat, durch Nabelschnur geht man an das Kind weiter. Und kommt noch dazu, dass wenn man ganz tiefe Traumatisierung erlebt hat, das kann sogar genetisch nachweisbar sein, dass unsere Gene sich verändern. Und dementsprechend die Frage, ist das jetzt mehr heute, als das früher war? Ja, womöglich nicht mehr, sondern ist mehr sichtbar geworden. Was ja eigentlich eine Verbesserung ist. Ja, das ist toll. Das ist wirklich toll. Der nächste Schritt fehlt vielleicht noch einfach, mehr präsent zu machen und aus dieser Tabuecke rausholen, weil ja all diese Menschen sind unter uns. Das heißt, wenn man jetzt mal rein so statistisch guckt, ich gehe in eine Betriebsversammlung und da sind, weißt du nicht, 800 Menschen, jeder Dritte, ja, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben irgendetwas in dieser Richtung schon erlebt. Und das ist nicht immer nur sexueller Missbrauch oder auch Gewalt, klar, aber dazu gehört auch Kommunikation, also emotionaler Missbrauch, wo man das Kind klein hält, selbst wird vernichtet oder auch die Vernachlässigung. Also man hat nicht ausreichend Liebe, Fürsorge gegeben und es gibt halt viele Persönlichkeitsmerkmale, die sich dadurch dann entwickeln, fehlentwickeln. Wir kennen sicherlich auch Mitmenschen um uns herum, die zum Beispiel keine Empathie zeigen können. Das ist zum Beispiel auch dessen geschuldet, weil sie das nicht erlernen konnten, als sie zwei oder drei Jahre alt waren, da entwickelt sich dieser Merkmal. Und wenn sie das nicht erlernen, dann sind sie heute so und haben sie aber wahnsinnig Schwierigkeiten damit. Und zum Teil kann man ja noch gewisse Merkmale vielleicht überlernen sozusagen, also diese eingeprägte neuronale Netzwerke sozusagen etwas überschreiben, aber wir müssen uns auch vieles eingestehen. Eben, man muss ja auch erstmal merken, dass man so ist. Also das ist das eine, weil die Resonanz, was man halt von den anderen, wenn ich das nur so kenne, dass man halt nicht empathisch reagiert und ich das halt übernommen habe, dann checke ich erst gar nicht, dass ich zum Beispiel jemand komplett überrumpel oder irgendwelche Bedürfnisse von anderen absolut ignoriere. Das ist das eine. Und das andere, wir müssen uns dann zum Teil aber auch eingestehen, dass gewisse Persönlichkeitstypologien nennt man das in den Neurowissenschaften, das sind halt Merkmal, die sozusagen schon zu unserer Identität gehören. Die sind leider nicht mehr veränderbar und damit müssen wir leben. Es gibt leider keine andere Alternative, aber es gibt dazu Wege, wo ich das in meinem Leben integrieren kann. Und das ist ja für mich letztendlich diese Transformation. Ich ignoriere nicht, ich vermeide es nicht, sondern ja, annehmen. Ich nehme es an. Genau, ich nehme es an und ich integriere es und mache ich das Beste daraus. Deshalb ist auch einer meiner Motto, sage ich immer, upcycle your life. Ich kann ja recyceln. Ich mache Upcycle im Sinne, alles, was mein Leben mitgebracht hat, ungewollt oder gewollt. Von meinen Eltern, früherer Generation, von meinen Erfahrungen her. Und egal wie tief und wie viele Wunden ich ja schon habe, ich kann dennoch daraus das Beste machen. Und dazu habe ich einfach Wege aufgesetzt und damit möchte ich eine Begleitung auch ermöglichen. Das finde ich sehr, sehr beruhigend zu hören, dass du sagst, du möchtest helfen, das anzunehmen und das heißt nicht Katastrophe, sondern man kann damit leben. Genau. Wenn man jetzt sagt, man möchte von dir begleitet werden, man braucht deine Hilfe, wo findet man dich? Also mich findet auf jeden Fall auf meiner Website. Darfst du gerne nennen. Nennt sich vielleicht ein wenig gewöhnungsbedürftig Ganesha Shala. Also das ist ja eigentlich aus Sanskrit. Unter meinem Namen Gabriela Rist findet man mich sofort. Ganz kurze Erklärung zu dem Namen Ganesha. Das sagt vielleicht schon etwas Ganesha ist dieser Elefantengott und steht jedenfalls für Neubeginn und ist Patron dafür, dass alle Hindernisse eben geschafft werden. Und dieser Shala, das ist auch Sanskrit und bedeutet Zuhause. Weil ich sage, dass diese Transformation und diese Integration und damit anders umzugehen, ein Neubeginn ist. Und ein Neubeginn ist immer das Gefühl von Zuhause. Das sind doch schöne Schlussworte hier in unserem Experten Podcast. Gabriela Rist, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Also sie macht auf jeden Fall Hoffnung. Dankeschön. Dankeschön. Oh, vielen Dank, Ines. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.